Warum Experimention? Das ist ja wahrscheinlich die Lösung. Aus irgendeinem Grund ist es hier hell. Wahrscheinlich ist da oben Tageslicht. Dose. Müssen wir die Dosen jetzt einzeln da rüber schleppen oder was? Also können sie durch die Luke durchschippern. Also können sie es natürlich rollen lassen. Vielleicht können wir es auch als Pyramide benutzen und da dann hinaufklettern. Das funktioniert weniger gut. Ich hole noch ein paar andere. Dann holen wir noch eine andere Dose. Zwei, drei, vier Dosen. Können wir hier vielleicht durch? Hm. Da könnten die Wichtel durchgelaufen sein. In den Dosen kann es ja eigentlich nicht liegen. Die waren ja schon... Die standen ja hier so rum. Im Eingangsbereich. Die habe ich ja nicht weit geschleppt. Können wir hier eine Dose hinstellen. Und die wieder rauslocken. Hm. Nicht wirklich. Tja. Ich spiele das hier wirklich blind. Da sieht man es dran. Ich kann hier nur experimentieren und gucken. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Ich kann die Dosen hier hin und her schleppen. Schön die Dosen in der Hand behalten. Vielleicht kann man da so eine Art Treppe mit draus bauen. Wäre eine Möglichkeit. Wenn ich das mal hier so hinstelle. Ich glaube die sind nicht stabil genug. Das ist damit hoch. Das darauf hochklettern kann. So kann ich auch nicht springen. Hm. Willst du Dosen haben? Luca? Du musst dich mit den Dosen füttern. Was verlangt das Spiel von mir? Dose? Hm. Tja. Das ist die erste Dose. Okay. Ist die erste Dose zurückgekommen? Oder? Wie können wir denn kriechen? Können wir da vielleicht durchkriechen? Hm. Steuerung. Ja gut. Ich spiele das auf der Tastatur. Das ist jetzt eher weniger hilfreich. Fahrzeug umschauen. Ja gut. Und jetzt wie für die Tastatur. Ich spiele das jetzt auf dem Bitz. Auf der Tastatur. Es gibt auf jeden Fall eine Ducken-Taste. Äh. Äh. Ja. Es gibt eine Ducken-Tastatur. Es gibt auch irgendeine Taste für die. Okay. Okay. So ducke ich ein bisschen. Fast nicht merkbar. Kann ich irgendwie kriechen oder so? Schaff mal die Dosen hier weg. Ich glaube die helfen hier nicht so weiter. Joa. Verbringen wollte den Stream hier in diesem Bereich. Ducken, ducken, ducken. Die Taste könnte für ducken stehen. Enter ist es nicht. Nähr-Taste züpfen. Ducken, alles ausprobieren. Eöe. Nähr-Taste alt. Steuerung. Oh. Steuerung. Interessant. Steuerung. Und vorwärts. Steuerung. Können wir hier? Hm. Durch die Lüge. Oh. Doch. Können wir. Gut. Hier regnet es. Zum Glück habe ich eine Regenkapuz an. Hätten wir vielleicht doch Dosen mitnehmen sollen. Um hier hochzukommen. Oh. Oh. Okay. Hier geht es weiter. Licht entzünd. Aha. Und weiter. Okay. Oh. Wo kommen wir hier hin? Aha. Aha. Eine große Tür. Eine lange Treppe. Ich gehe die lange Treppe hinauf. Schwere Ketten im Hintergrund. Noch eine große Tür. durch die kleines Wesen nicht durchkommen. Oh. Was bist du denn? Eine Figur. Ich nehme die Figur mal mit. Ich stehe die Figur mal hier ab. Die kann ich leider nicht mitnehmen. Oder doch? Kann ich das Brett aufheben? Kann ich nicht. Kann ich am Wesen oder irgendwas? Hier sind Dosen. Mhm. Ein Schlitz in der Wand. Eher nur ein Riss. Oha. Vielleicht können wir hier den Ofen aufmachen. Das ist eine Art Ofen. Oder was? Okay. Dann kriege ich mal erstmal runter. Ducken. Ducken und durch. Aha. Ein Sofa. Scheint eine Art Wohnzimmer zu sein. Das können wir nicht mitnehmen. Das können wir nicht bewegen. Aha. Hui. 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 Auf dem Sofa springen. Ein Lichtschein. Ein Lichtschein. Gehen gehen. Okay. Okay. Den Ärmel können wir nicht bewegen. Nicht schieben. Können wir hier. Durchs Licht. Können wir. Ja. Das Licht. Das Feuer brauchen wir nicht. Hier ist nichts los. Doch. Hier ist was los. Aber wir haben. Ja. Hier ist auch nichts los gerade. Ist hell genug. Das Tageslicht. Und das Nachtlicht. Lichtet noch hinein. Sieht eher aus wie Nachtlicht. Hm. Okay. Können wir da irgendwie. Im Bett springen. Aha. Uns zum Greifen. Ah. Sehr gut. Oh. Unsanft gelandet. Klopppapier. Mitnehmen. Kann man noch gebrauchen. Sieht relativ sauber aus. Oh. Der Kollege hat sich. Ja. Hat sich aufgehängt. Brauchst du Klopppapier? Lass ich die mal hier. Ich habe noch genügend. Ein Brief. Den wir nicht lesen können. Hm. Ist hinten noch irgendwas? Nein. Ist das nicht? Ein Auge an der Tür. Dosen. Die mal schön sauberlich an den Stuhl stellen. Seine Beine sind aber ziemlich lang. Okay. Ja. Die Störung muss ich erstmal noch begreifen. Ab und zu verwende ich noch lieber das Feuerzeug, als die Dose anzunehmen. Springen und anfassen. Springen und anfassen. Können wir die Tür aufdrücken. Können wir nicht. Hm. Vielleicht können wir den Stuhl verschieben. Und mit dem Stuhl an die Tür klingeln. Können wir tatsächlich. Na noch ein bisschen hier hin. ein bisschen nach vorne verschieben. Ja. Ach, das ist eine Tiliumweg. Das ist blöd. Vielleicht können wir jetzt über den Stuhl. Wir haben ein ziemlich kleines Ding. Und dass es ein Stuhl ist. Verglichen mit dem Stuhl bin ich ziemlich klein. Entweder sind die Sachen ziemlich groß oder ich bin ziemlich klein. Vermute eher zweiteres. Hm. Können wir wirklich nicht näher ran. Hm. Da ist die Tiliumweg. Die Tierschwelle. Hm. Einmal umdrehen vielleicht. Hm. Ich muss mal ab und zu mal ein bisschen experimentieren. Vielleicht müssen wir den Stuhl auch irgendwie umwerfen. Und dann an die Tür klingeln zu kommen. Na. Nach vorne. Theoretisch müssten wir doch jetzt an die Tür klingeln. Hier rankommen. Okay. Ähm. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit. Probiert aufstellen. Ich tue mich noch ein bisschen. Ich tue mich noch ein bisschen. Ich tue mich noch ein bisschen. Okay. Scheinbar nicht. Gut. Sehr gut. So, wo sind wir hier gelandet? Okay. Ich mach mal Feuer. Irgendwie was mit Öl oder so liegt da auf dem Boden. Irgendwas kleckert auf dem Boden. Irgendwas kleckert auf dem Boden.